Oberste Priorität bleibt, Pax Vettel eliminieren. Lammettaträger. Zeugfliegen mit einer Klatsche. Mine. Na, das ist schon richtig. Vettel wird nach Emmerken gehen, um sich einmal zu schnappen. Aber das heißt ja, er war ja vorher nicht bei Emmerken. Macht ja nicht einen Rundlauf, einmal so aus Spaß. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde fünfvierzig. Ich habe vorher nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, in einer halben Stunde habe ich gesagt, ja, nach Intervall 3 mache ich Schluss. Jetzt bin ich immer noch Intervall 3. Ach ja, das sind nur Klone. Das Gedenken ist nicht in ihrer Natur. Und heute nehme ich auch die Luftschächte. Hier rückt sich die ganze... Ich glaube, Jankowski nahm noch eine größere Rolle ein. Ach, das waren ja jetzt auch wieder solche... ...komischen Gegner. Die sind unsichtbar und nur mit der Zelt erkennt man sie dann. Hm. Vielleicht kann ich die umgehen. Hm. Gefühlterte. This is great. Wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? Ja. Die sind schreibern. Wie geht das nicht? Das ist gut. Sie haben die Erinnerung. ist wieder ein booster dann habe ich 130 ganz Wo sind die denn? Da sind die da unten. Da sind die da unten. Jetzt hole ich mir da das Midi-Pack wieder. Hier bin ich richtig, jetzt bin ich auf der anderen Seite. So, ist da kein Strom mehr? Neue Daten. Im ersten Level waren wir, da wurde gesagt, hier wurden wir geboren. Wir bleiben an der Sache dran. Oh. Erfreulich. Scharfschützengewehr. Brauche ich nicht. Fernsehenderbomben halten auf fast jeder Oberfläche. Scharfschützengewehr. 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 ein mädlich gett habe ich frei Ah, da habe ich eben wieder 10. Sind wir wieder draußen. Oh, das war einer von uns. Das nennt man Spawnkill. Die Klons haben sogar einen Hubschrauber da. Die fahren alle nach Ambecam. Da oben ist schon wieder ein Medikit und hier ist auch eins. Was ist das? Ach fuck. Falsch angegangen. Penetriert, man. Oh, mein Fuß, oh. Oh, my God. Was ist das, großer? Ups. Was ist das, großer? Und er dachte, die Granate ist defekt. Willi kommt da Landezone. Aber allerdings steht er gerade im Kampf um Schlauber des Feindes. Ich halte es hier auf dem Laufenden. Roger. Hatte nicht wisst, was HLZ ist. Was ist das? 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 Ich glaube, das wird vielleicht nochmal schön gemütlich zum Ende. Was ist das? 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 Da ist schon wieder so ein großer Penetrator. Boah Zeig dir hier seine Chikichan-Boofs Ich schwöre, sehr laut Wohlfahrt, um den Traum! Die Arschkeks Zwei Gehrer sind geballen Die Arschkeks Ablaßung! Ablaßung! Zwei Reifel! Wie lange wartet? Der Penetrator ist zum Schluss. So, jetzt. Ah, verflext. So fast. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich bin hier! Alter, verflext. Sie leben ja noch. Ich bin hier.